Du, ein seltsames Auto mit der Signatur, alles tropft für dich, dein Herz noch. Ja, mein Sohn hat das ein wenig für mich gemacht, das ist ein Liebes. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll, ich habe Freude. Es ist ein Salzgutschi, ich habe es eine Occasion gekauft. Richtig in die Garage, aber es hat alles Platz drin. Ich bin wie eine Zygünerin. Warte mal, darf ich das fotografieren? Du darfst ja aus der Seite. Ja, dort habe ich schon. Das heißt schon, das ist ein Loma Artmobil. Loma heisst Grossmami und Lotti und Artmobil ist die Gefahr, oder? Mach da auf, ich will fotografieren. Darf ich? Du darfst, ja, ja. Loma Artmobil mit Gnusch jetzt. Ja, das Gnusch möchte ich gerne sagen, ja. Mit Schule und allem. Aber nicht nur. Wenn ich darf. Wenn ich darf. Du darfst. Ich bin, weisst ich bin. Du kannst gerade davor. So, jetzt haben wir alles. Oh! Du kannst doch so. Mit deiner gleichen Kamera, das ist einfach eine gute Ideologie. Ja, aber irgendetwas stimmt nicht.